In diesem Video geht es um die besten Kurkuma-Kapseln. Der Qualitätssieger in unserem Kurkuma-Kapsel-Test geht an die Nature Love Kurkuma-Kapseln. Extra hochdosiert aus 95% Extrakt und C14 zertifiziert. Der Kurkumin-Gehalt einer Kapsel entspricht dem von ca. 15.000 mg Kurkuma. 90 vegane Kapseln im praktischen 6 Monatsvorrat. Das hochwertige Kurkuma-95% Extrakt wird ergänzt mit Kurkuma-Pulver für ein abgerundetes Nährstoffprofil. Außerdem enthält das Kurkuma-Kompakt-Schwarzen-Pfefferextrakt für eine bessere Bio-Verfügbarkeit. Alle drei Rohstoffe stammen direkt aus Indien. Laborgeprüft und ohne unerwünschte Zusätze. Hergestellt in Deutschland unter strengsten Qualitätskontrollen. Frei von unerwünschten Zusätzen wie Magnesiumstearat oder Füllstoffen. Ihre Sicherheit hat oberste Priorität. Daher wird konsequent jeder Rohstoff oder das Endprodukt jeder einzelnen Produktionscharge von einem unabhängigen deutschen Labor geprüft. Sollten Sie einmal mit einem Produkt unzufrieden sein, oder aber Hilfe und Beratung benötigen, melden Sie sich gerne bei dem Hersteller. Denn nichts liegt bei Nature Love mehr am Herzen als Ihre Zufriedenheit. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative sind die Kurkuma-Extrakt-Kapseln. C14 zertifiziert und hochdosiert mit 95% Extrakt. Der Kurkuma-Gehalt einer Kapsel entspricht dem von ca. 10.000 mg Kurkuma-Pulver. Achtung! Andere Hersteller geben den Kurkuma-Gehalt meist pro Tagesdosis an. Für die gleiche Menge Kurkuma müssen Sie dort 3 bis 6 Kapseln einnehmen. Der Vorrat reicht für 3 Monate. Einige Hersteller strecken Kurkuma-Extrakt mit günstigem und synthetisch aus Erdöl hergestelltem Kurkumin. Das Präparat hingegen ist zu 100% aus natürlicher Herkunft C14 zertifiziert. Außerdem ist das hochdosiert eingesetzte 95% Kurkuma-Extrakt aus Indien für ein optimales Nährstoffprofil mit etwas Bio-Kurkuma kombiniert und für eine optimale Bio-Verfügbarkeit enthält das Produkt ein hochwertiges und laborgeprüftes Piperin aus schwarzem Pfefferextrakt. Das Kurkuma-Extrakt ist frei von Magnesiumstearat, Trennmitteln, Aromen, Farbstoffen, Stabilisatoren, Füllstoffen, Gelatine und selbstverständlich auch GMO-frei, Laktosefrei, Glutenfreien ohne Konservierungsstoffe. Das Kurkuma-Extrakt wird nach DIN ONG ISO 17025 zertifiziert, unabhängiger deutsche Labor auf Reinheit, Sicherheit und Qualität geprüft. Das Analysezertifikat dazu finden Sie bei den Produktbildern. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Kurkuma-Kapseln-Test sind die Raibu-Kurkuma-Kapseln. Viele Anwender nehmen Gerstengras zusammen mit Kurkuma zu sich, müssen jedoch dabei immer wieder einzelne Präparate erwerben. Mit diesem Produkt vereinen Sie beide Rohstoffe in bestem Verhältnis. Bei 2 x 3 Kurkuma-Gerstengras-Kapseln täglich reicht der Vorrat an Gerstengras und Kurkuma für ganze 45 Tage. Jede Kurkuma-Gerstengras-Kapsel enthält 700 mg Kurkuma-Gerstengras-Mix im Verhältnis von 2 zu 1. Du erhältst ganze 270 Kurkuma-Gerstengras-Kapseln. Das ist deutlich mehr, als bei vielen anderen Anbietern und reicht je nach Dosierung für bis zu 3 Monate. Selbstverständlich bleibt die Rohstoffqualität auf gleich hohem Niveau. Die Kapseln werden nach höchsten Qualitätsstandards in Deutschland hergestellt. Selbstverständlich ist dieses Produkt vegan, gluten- und laktosefrei, frei von Zusätzen wie Magnesiumstearat, ohne Füllstoffe und rückstandskontrolliert. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.